so hi und hallo mal wieder wie ihr seht öffnen wir heute wieder ein paar lego ninjago booster und zwar zehn stück diesmal habe ich mir ein paar mehr gegönnt weil ich möchte meine sammelmappe jetzt ruckzuck voll kriegen weil es kommen ja bald schon wieder die ganz neuen sammelmappen raus da möchte ich nicht so viel verschiedene sammelmappen füllen müssen aber nichts zu trotz werden wir jetzt oder ich die etwas hochwertigen bis die ja lege ich immer nach rechts das sind so karten motive die mir nicht gefallen aber das wisst ihr ja auch schon von den letzten unboxing alle glitzer karte verkehrt drauf gemacht und ihr postet mir oder schreibt mir unten in die kommentare was ihr von dieser sammelkarten haltet lego ninjago haupt ihr sie selber sammelt und wie vollständig eure sammelmappe schon ist wenn ihr sie sammelt wie gesagt hier könnte mir und hier solltet ihr mir alles kommentieren oder posten was ich immer dazu sage auf jeden fall wie ihr sie findet das auf jeden fall weil ich muss ehrlich sein ich habe schon ein paar mal umgehört ist nicht für jeden der geschmack aber ich bin damit angefangen mir gefallen ein paar karten also bringe ich jetzt meine sammelmappe vollständig ins regal irgendwann und wer jetzt gerne erst damit anfangen möchte ich werde immer versuchen unter dem video zu verlinken wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt günstiger teilweise auch schon weil die sind ja schon etwas länger auf dem markt und wenn es euch jetzt zu schnell geht und ihr möchtet ein paar karten länger genießen dann drückt immer wieder auf pause aber den trick kennt ihr und wie gesagt schreibt mir auf jeden fall in die kommentare wenn ihr sie sammelt habt ihr eure sammelmappe schon voll habt oder vollständig oder wie viel euch noch fehlen ganz egal was schreibt es unten rein ein paar letzte motive sind dabei aber sowas bin ich ehrlich oder sowas finde ich nicht so besonders ich habe schon gesehen einige doppelte dabei die paar die mir noch fehlen waren glaube ich nicht dabei oder zumindest nicht so viele die mir noch fehlen gleich sofort einsortieren und nachgucken so hier ist es nun das zehnte und letzte lego ninjago booster für heute aber nur für heute das wisst ihr ja wollen wir jetzt noch mal ein paar karten genießen so und hier ist sie nun die letzte glitzer karte für heute von lego ninjago und weiß ich gar nicht ob ich die schon habe gesagt mir nichts sofort einsortieren und nachschauen also das waren jetzt zehn booster lego ninjago schreibt mir wie vollständig eure sammeln mappe ist oder haupte sie sammelt oder auch nicht ganz egal was macht es und deshalb sage ich wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu so 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 so